Glücklich strahlend zeigt sich Beatrice Egli pünktlich zum Valentinstag auf ihrem Instagram-Account. Dick eingepackt im kuscheligen Schal und bei tollem Sonnenschein wendet sie sich an ihre Follower. Einen liebevollen und herzerwärmenden Valentinstag wünsche ich euch, schreibt die Sängerin zu ihrem Posting. Beatrice wirkt auf diesen Aufnahmen richtig zufrieden und das bleibt auch ihren Fans nicht verborgen. Du strahlst so schön, schreibt ein User. Ein anderer bemerkt, du siehst richtig glücklich aus. Seit Jahren gilt die 31-Jährige als Single. Ob sich da wohl etwas geändert hat? Beatrice scheint nämlich ganz schön im Valentinstagsfieber zu sein. Auch diese Liebeserklärung lässt definitiv Raum für Spekulationen. Liebe hat immer zwei Seiten, doch sie ist das Wertvollste, was es gibt, schreibt sie auf ihrem Social-Media-Kanal. Und es geht noch weiter. Ich liebe die Liebe, schreibt der Schlagerstar und fügt ein süßes Gif hinzu. Ob diese rührenden Worte wohl an jemand Bestimmtes gerichtet sind? Wir würden uns jedenfalls für die sympathische Blondine freuen.